Hallo ihr Lieben, ja herzlich willkommen bei dieser Folge von HosenCraft. Kurzer Hinweis am Rande, es wird im Hintergrund nur eine Art Diashow von dem, was ich auf dem HosenCraft Server gebaut habe, geben. Das heißt da nichts Video oder ähnliches. Wenn euch diese Screenshots nicht interessieren, dann könnt ihr natürlich gerne auch was anderes tun und mir zuhören. Oder ihr schaltet einfach ganz ab, aber dann denke ich mal nicht, dass ihr das Video angeklickt hättet. Also folgendes, um direkt zur Sache zu kommen, ich werde das HosenCraft Projekt verlassen. So, bevor ihr jetzt unten reinschreibt, nein, tu das nicht. Diese Entscheidung ist inzwischen unumstößlich gefällt worden und da ist quasi nichts mehr dran zu rütteln. Ja, vielleicht interessieren euch die Gründe dafür. Nun, das ist, ähm, es liegt einfach aufgrund, weil ich hab hier grad den Text vor mir liegen, den ich im Forum geschrieben hab, um den anderen das mitzuteilen. Den hab ich das natürlich schon vorher mitgeteilt. Deswegen bin ich grad ein wenig durcheinander. Also ich hab geschrieben, dass es vor allen Dingen, ähm, wegen meiner Inaktivität und meiner Uncommunitykeit, äh, geht. Dass es das deswegen ist. Weil ich persönlich, äh, halte das HosenCraft Projekt für eine Sache, die es erfordert, dass man viel zusammenarbeitet, dass man sich, äh, richtig anfreundet und viel zusammen macht, halt eine wirkliche Community ist. Und, ähm, also so ist quasi mein Idealbild davon gewesen, dass, äh, wie ich es, ja, mir vorgestellt hätte, im Prinzip. Und ich passe da nicht rein. Ich bin dafür nicht gemacht. Und, ähm, ja, kann da jetzt einfach aktuell vor allen Dingen nicht mehr 100% hinterstehen. Und dann, ähm, möchte ich quasi diesen, ja, ich hab's auch so geschrieben, in Anführungszeichen, Platz für andere freimachen. Was das jetzt genau heißt, ist, äh, die Entscheidung von der jetzigen HosenCraft Community, ähm, ob da was Neues passiert und so weiter. Bitte alles, äh, bei denen gucken, da kann ich nichts versprechen oder irgendwas sagen. Nur weil ich jetzt sage, einen Platz freimachen, heißt das nicht, dass da jetzt auf einmal Leute reinkommen. Das ist, äh, nur nochmal um Missverständnisse aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja, also nochmal ein bisschen näher darauf einzugehen. Äh, ich hab gesagt, dass ich, ähm, eigentlich alles alleine mache. Also, das habt ihr auch in meinen Videos gesehen. Ich glaub, das einzige HosenCraft SMP-Video, was ich mit jemand anderem zusammen gemacht hab, war mit Tracy damals noch eine Minentour oder sowas. Und, ähm, das war's im Prinzip. Auch bei anderen Projekten, äh, kam mir immer was dazwischen. Ich hatte keine Zeit oder ich hab wieder vergessen, dass ich da helfen wollte oder sonst irgendwas. Und deswegen, ja, war ich einfach nicht mehr wirklich Teil davon. Dann kommt dazu, dass, äh, ich ja aktuell, wer das weiß, ähm, auch Zeitnot habe durch anstehende Umstrukturierung in meines Lebens. So hab ich's so schön formuliert. Das kommt dazu und macht das Ganze nicht sehr viel besser. Und, ähm, ja, was auch noch dazu kommt, ist eben, dass, äh, vor allen Dingen die Hauptansprechpartner, die ich von Anfang an hatte in der Community, auch den, ähm, Server und die Community verlassen haben. Und, äh, ich dadurch etwas alleiniger dastehe. Das heißt nicht, dass ich mit den anderen nichts zu tun habe und ich hab auch die anderen extrem gern, ähm, sei es Lordly, Razael, Alpha und Strohhult, mit denen hatte ich jetzt noch am meisten so zu tun oder mit denen habe ich am meisten zu tun. Das ist ja nicht vorbei. Nur, äh, es ist einfach nicht dieses Community, ne, wisst ihr schon. Ich denke mal, ihr könnt schon, äh, verstehen, was ich damit meine. Und ja, ähm, deswegen ist diese Entscheidung eben gefallen. Und das, äh, Ganze mache ich auch nicht einfach so, weil ich sage, äh, ich hab keinen Bock mehr. Es ist, das fällt mir schon ein bisschen schwer auch. Aber auf der anderen Seite ist es für mich, denke ich, auch mal die richtige Entscheidung. So, ja, äh, das dazu. Dann möchte ich nochmal an, äh, ja, euch, die sich für Hosencraft interessieren und so weiter und mich deswegen abonniert haben, richten. Wenn ihr tatsächlich auch sonst nichts quasi auf meinem Kanal gefunden habt, was euch irgendwie, äh, ja, interessiert oder wenn ihr quasi nur wegen Hosencraft hier seid, dann könnt ihr bitte, ja, bitte gerne gehen, würde ich jetzt mal so nicht sagen wollen. Aber ihr wisst, was ich meine, denn dazu kommt einfach nichts mehr. Und deswegen werde ich euch dazu auf dem Kanal nichts weiteres bieten können. Das ist jetzt einfach so die Aussage. Und deswegen, ähm, wäre wahrscheinlich für eure Abo-Liste ein D-Abo dann in diesem Fall am, äh, besten. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, weil euch meine Art gefällt oder weiß ich nicht. Es gibt ja verschiedenste bescheuerte Gründe. Dann, äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr bleibt. So, ähm, das dazu, ja. Äh, es ist nicht, nicht leicht, denke ich mal, jetzt hier da so drüber zu reden, das alles zu entscheiden und so weiter. Das ist ein bisschen fies. Aber, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, das möchte ich so, das bleibt so. Und es tut mir auch leid, aber ich werde trotzdem dazu stehen. Ja, ich weiß nicht, ich wollte, glaube ich, noch irgendwas anderes sagen, aber ich bin schon wieder so durcheinander, das habe ich schon wieder vergessen. Ne, ich glaube, das war es an dieser Stelle. An dieser Stelle möchte ich mich allerdings auch nochmal bedanken, vor allen Dingen bei Hose und bei Silence, die das Ganze möglich gemacht haben. Ich möchte darauf, äh, ja, ich möchte klarstellen, dass ich keinen Moment bereue, den ich in dieser Community bin. Weil ich habe sehr viele coole Leute kennengelernt. Und einige, mit, ähm, mit einigen von denen habe ich auch noch sehr viel mehr Kontakt. Jetzt auch noch im Nachhinein. Und werde ich auch weiterhin haben. Denke ich mal, wenn ich das mit sozialen Beziehungen auf die Kette kriege, ist das noch eine ganz andere Geschichte. Und natürlich hat der, hat der YouTube-Kanal davon auch was mitgenommen. Das habt ihr ja wahrscheinlich selber auch alle mitverfolgt. Die meisten oder viele haben mich wahrscheinlich erst dadurch gefunden. Und, äh, das hat natürlich auch Freude irgendwie gestiftet. Jetzt lese ich eigentlich nur noch vor, was ich geschrieben habe, weil ich nicht mehr weiß, was, wie auch immer. Aber das ist halt das, was in mir vorgeht oder in mir vorging. Ja, das Ganze bleibt definitiv bei mir, wie ich es hier gesagt habe, in positiven Erinnerungen. Und ich denke mal, dass es sich auch ergibt, dass man zumindest mit dem einen oder anderen auch nochmal was zusammen macht. Dann eben unabhängig von dieser Community. Ja gut, dann ist das das Schlusswort. Ähm, zu den Server-Gründen, was auch immer da drauf gerade rumsteht quasi, an Sachen, die mir gehören. Ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, wem ich das irgendwie übertrage oder weiß ich nicht. Also da gab es irgendwie ein paar Absprachen. Oder es gibt irgendwie so, dass das Alpha und Strohhut auf jeden Fall ein paar Sachen irgendwie nehmen. Oder zumindest haben wollen oder wie auch immer. Also zumindest die Sachen, die komplett mir gehören, macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt gerne an meine Sachen gehen. Bis auf die zwei Truhen, wo Hut und Alpha draufsteht. Die haben sich die beiden bereits reserviert, sag ich mal. Und ansonsten, ja, können die auf dem Hosencraft-Server damit machen, was sie wollen. Können sie in die Luft jagen oder was weiß ich. Ich bin auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Ich hoffe, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich nochmal. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Und ja, bye bye Hosencraft. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.